Während ein Förster seiner Arbeit nachging, kreuzte eine verletzte Wölfin seinen Weg. Mit einem verzweifelten Blick übergab sie ihr Junges dem Förster. Der Mann, gelähmt vor Angst und Überraschung, wusste, dass er schnell handeln musste. Er stand kurz davor, etwas zu tun, das ihr Leben für immer verändern würde. Frank war aufgeregt, seinen ersten Tag im Yellowstone-Nationalpark in den Vereinigten Staaten zu beginnen. Die Luft war voller Erwartungen. Die üppige Vegetation und das geheimnisvolle Rascheln der Blätter versprachen viele Abenteuer. Nachdem er erfahren hatte, dass der Park mit einem Anstieg der Wilderei konfrontiert war und mehr Förster einstellte, sah Frank eine perfekte Gelegenheit, diese neue Welt zu erkunden. Ein erfahrener Förster vom Vortag hatte ihm wertvolle Informationen über die Pfade des Parks gegeben, aber Frank, getrieben von seiner Aufregung, entschied sich, auf eigene Faust zu erkunden. Als die Sonne unterzugehen begann, folgte er gewundenen Pfaden, die ihn ins Herz des Parks führten. Mit jedem Schritt fühlte Frank eine wachsende Verbindung zu dem Land, das er nun patrouillierte. Plötzlich hielt ihn etwas auf. Seine wachsamen Augen entdeckten eine Bewegung in der dichten Vegetation. Vorsichtig näherkommend sah er eine Wölfin. Frank war sprachlos, sowohl vor Angst als auch vor der Imposanz des Tieres. Die Wölfin schien sich der Anwesenheit des Mannes bewusst zu sein und beobachtete ihn mit einer Mischung aus Neugier und Vorsicht. Während er sie aus der Ferne beobachtete, spürte Frank eine unerklärliche Verbindung zu der wilden Kreatur. Doch die Situation änderte sich abrupt, als die majestätische Wölfin Anzeichen von Angst zeigte. Etwas stimmte eindeutig nicht. Der Förster bewegte sich vorsichtig, um näher zu untersuchen, und entdeckte etwas Alarmierendes und Herzzerreißendes. Die grausame Praxis der Wilderei hatte ihre Spuren hinterlassen. Eine heimtückische Falle hielt eine Wölfin gefangen. Sie heulte vor Frustration und versuchte vergeblich, sich aus dem unerbittlichen Griff der Falle zu befreien. Als der Förster die Situation einschätzte, weiteten sich seine Augen vor Boot und Mitgefühl, als er die offensichtliche Verletzlichkeit in den Augen der gefangenen Wölfin sah. Plötzlich tauchte eine unerwartet zärtliche Szene aus dem dichten Gebüsch auf. Ein pelziger Welpe erschien und suchte instinktiv Schutz bei seiner gefährdeten Mutter. Was dann geschah, überraschte den Förster. Die Wölfin, fast verzweifelt, schob ihr Junge sanft zu Frank, als ob sie wüsste, dass es Schutz brauchte. Der Förster war vor Zweifel gelähmt. Wenn er den Welpen nahm, würde er in die Gesetze der Natur eingreifen. Seine Aufgabe war es, zu schützen und zu patrouillieren, nicht solche Entscheidungen zu treffen. Aber die Mutter und das Junge sich selbst zu überlassen, bedeutete eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass beide sterben würden. Der Gedanke, sich neben eine Wölfin zu knien und sie aus der Falle zu befreien, ließ Frank das Blut in den Adern gefrieren. Was, wenn sie ihn danach angriff? Was, wenn sie ihn mit den Jägern verwechselte, die ihr so viel Schmerz zugefügt hatten? Wahrscheinlich sollte er die Behörden des Parks anrufen und die Rettung ihnen überlassen. Doch der flehentliche Blick in den Augen der Wölfin war unmöglich zu ignorieren. So traf er still eine Entscheidung. Er musste schnell handeln, um nicht nur ein, sondern zwei Leben zu retten. Als er den Welpen vorsichtig in seinen Armen hielt, konnte Frank seine Verletzlichkeit spüren. Seine Augen waren vor Angst und Neugier weit geöffnet. Die Wölfin beobachtete sie mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Traurigkeit, als ob sie fürchtete, dass Frank sie im Stich lassen würde. Aber sie irrte sich. Frank begann, die Falle der Jäger zu demontieren. Die Wölfin, die seine Absichten wahrnahm, blieb ruhig und verstand, dass Frank ihr nichts antun würde. Schließlich gelang es ihm mit einem präzisen Handgriff, sie aus der Falle zu befreien. In Anbetracht der Dringlichkeit der Situation rief er schnell um Hilfe. Das medizinische Team des Parks kam sofort, sedierte die Wölfin vorsichtig und transportierte sie in die Tierklinik. Frank hielt den Welpen nah an seiner Brust und stellte sicher, dass die Wölfin sehen konnte, dass er in Sicherheit war. Das medizinische Team arbeitete gewissenhaft, reinigte die Wunden und verabreichte Antibiotika, um die aufkommende Infektion zu bekämpfen. Während das Team unermüdlich für die Wölfin sorgte, übernahm Frank die unerwartete Verantwortung, sich um den Welpen zu kümmern. Die kleine Kreatur wurde sein ständiger Begleiter. Er nannte sie Luna, ein Symbol der Hoffnung und Widerstandsfähigkeit. Unter Franks Fürsorge wuchs der Welpe zu einer starken und gesunden jungen Wölfin heran. Die Mutter Wölfin gewann den Kampf gegen die Infektion, und ihre Genesung war ein Triumph. Mit der Zeit entschieden Frank und das Team, dass es an der Zeit war, sie wieder in die Natur zu entlassen. Sie beschlossen, sie in einem abgelegenen Gebiet freizulassen, wo sie ihren Fortschritt überwachen und eine reibungslose Rückkehr in ihren natürlichen Lebensraum sicherstellen konnten. Zuerst ließen sie sie frei und warteten ein paar Tage, bevor sie sie wieder mit ihrem Welpen zusammenbrachten. Sie wollten, dass sie sich orientierte und vollständig erholte, bevor sie wieder ihre Mutterpflichten übernahm. In den ersten Tagen überwachte das Team sie weiterhin. Sie beobachteten, wie ihre Jagdinstinkte wieder auflebten und sie zunehmend von den reichlich vorhandenen Beutetieren in ihrem natürlichen Lebensraum abhängig wurde. Frank, stolz auf ihre bemerkenswerte Genesung, wusste, dass es Zeit für den nächsten Schritt war. Also entschieden sie, die Wölfin mit ihrem Welpen wieder zusammenzuführen. Der Moment war magisch, die Wölfin nährte sich Luna vorsichtig, während der Welpe mit Aufregung und Respekt auf sie zulief. Für Frank war es ein tiefes Gefühl der Erfüllung. Die Wölfin und ihr Welpe zogen sich in die Tiefen des Waldes zurück und begannen ein neues Kapitel in ihrem Leben in der Natur. Während einer Patrouille tauchten die Wölfin und Luna auf seinem Weg auf. Frank hielt an, um sie zu beobachten. In einem Akt tiefer Dankbarkeit nährte sich die Wölfin Frank mit Luna an ihrer Seite und legte sich zu seinen Füßen, zeigte Verletzlichkeit und Vertrauen. Frank, der die Bedeutung des Moments spürte, blieb still und ließ die Wölfin auf ihre Weise Dankbarkeit ausdrücken. Zu seiner Überraschung erhob sich die Wölfin und rieb ihren Kopf an Franks Bein, als würde sie die Bindung zwischen ihnen markieren. Obwohl er die volle Bedeutung dieser Geste nicht verstand, fühlte sich Frank demütig und erfüllt. Während die Wölfin und ihr Welpe in den Wald zurückkehrten, konnte Frank kaum glauben, dass etwas so Außergewöhnliches geschehen war. Wie hat Ihnen diese Geschichte gefallen? Geben Sie einen Like und abonnieren Sie den Kanal. Bis zum nächsten Video.